Nummer 5 Der Wi-Fi MILO Smart Switch ist ein unverzichtbares Zubehör für Technikliebhaber. Er ist ideal für die Steuerung von Hochspannungslampen und Außenleuchten mit bis zu 10 APA und ist auch für Ungeübte einfach zu installieren. Nach dem Anschluss an das Heimnetzwerk und dem Herunterladen der Smart Life App zeigt Tuya alle modernen Funktionen an. Einschließlich Amazon Alexa, Google Home und IFTTT. Timer- und Schleifenprogrammierung sowie Countdowns sorgen für Präzision bei der Nutzung des Systems. Die elektronischen Komponenten sind erstklassig, die Konstruktion ist langlebig und feuerfest. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 MIROS Wi-Fi Smart ist ideal für anspruchsvolle Nutzer, die einen hochwertigen Wi-Fi Switch zu einem erschwinglichen Preis suchen. Das Paneel mit LED-Touch und die drei Tasten sind hervorragend verarbeitet, mit einem feuerfesten Gehäuse und mehreren Zertifikaten zur Unterstützung der Produktsicherheit, wie CE, ROHS und Wii. Eine weitere Besonderheit ist, dass kein Hub benötigt wird, sondern nur ein Router, der mit dem 2,4 GHz Band kompatibel ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Ein- und Ausschalten mit der Timer-Funktion zu planen, was die Erstellung von Sparplänen ermöglicht. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3 Der Itterski WFC-S01 ist ein hochmoderner Wi-Fi-Schalter, der sich perfekt für die Heimautomatisierung Ihres Hauses eignet. Er hat ein modernes, klares Design und verfügt über eine kristallende Frontplatte mit drei Touchscreen-Tasten, mit denen Sie die Rollläden hoch- und runterfahren oder auf halbem Weg blockieren können. Dank der Smart Life App können Sie das Gerät aus der Ferne überwachen und einstellen, während die Timer-Funktion es Ihnen ermöglicht, das Öffnen und Schließen je nach Wetterbedingungen zu programmieren. Das Innovative an diesem Produkt ist die Möglichkeit, die Steuerung der Rollläden über die App mit der ganzen Familie zu teilen. Für die Verbindung ist lediglich ein Router mit einer 2,4 GHz Frequenz erforderlich. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Der SwitchBoot S1 ist ein innovativer, universeller Wi-Fi-Ein-Ausschalter und eignet sich perfekt für alle, die Ihr Zuhause intelligent machen wollen. Ästhetisch sieht er aus wie ein normaler Schalter und ist einfach zu installieren, da er mit einem 3M-Aufkleber an einem vorhandenen Schalter angebracht werden kann. Dank der SwitchBoot App können Sie Lichter und Geräte über Ihr Smartphone steuern und Ein- und Ausschaltzeiten programmieren. Der geringe Stromverbrauch über Bluetooth garantiert eine Batterielebensdauer von bis zu 600 Tagen, die einfach ausgetauscht werden kann. Mit einem zusätzlichen Hub, der auch mit Alexa, Google Assistant, Siri und IFTTT kompatibel ist, wird der Schalter immer zur Hand sein, auch wenn wir nicht zu Hause sind. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1 Der Sonoff Touch T3 ist die ideale professionelle Lösung für alle, die ihre Beleuchtung zu Hause fernsteuern möchten. Mit einem schnellen Download der Evelink App haben die Nutzer direkten Zugriff auf ihre Heimbeleuchtung, egal wo sie sich befinden. Der Schalter ist mit einem Zweikanalsystem sowie einem 433 MHz NFC-System ausgestattet, mit dem der Schalter auch ohne Internetverbindung genutzt werden kann. Über die App wird es auch möglich sein, verschiedene Timer zu setzen und intelligente Lichtszenen zu erstellen. Darüber hinaus gibt es eine Alexa- und Google Assistant-Kompatibilität, sodass Sie die Beleuchtung steuern können, während Sie mit etwas anderem beschäftigt sind. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.